Am zweiten Wettkampftag stehen bei den Berlin Masters der rhythmischen Sportgymnastik die ersten Entscheidungen an. Die Gesamtführenden im Mehrkampf sind nach den Geräten Ball und Reifen, Katjarina Halkina aus Weißrussland, vor den Russinnen Ekaterina Selesneva und Yulia Bravikova. Für die deutschen Gymnastinnen Lea Kaltschewitsch und Noemi Peschel lief es am ersten Tag gut. Bundestrainerin Katja Kleinfeldt findet, dass die Berlin Masters eine tolle Gelegenheit für die beiden Nachwuchstalente sind, internationale Erfahrungen in ihrer schwierigen ersten Saison bei den Seniorinnen zu sammeln. Das Wichtige für die ist erstmal Erfahrung zu sammeln auf internationalem Parkett und so reinzukommen in die Seniorenkategorie, weil die Anforderungen viel höher sind vom technischen Inhalt. Die Geräte sind auch anders als das, was wir im letzten Jahr noch getont haben. Insofern geht es hier wirklich nur darum, erstmal Erfahrung zu sammeln und sich einigermaßen gut zu präsentieren. Und das gelingt den beiden. Besonders die 15-jährige Noemi Peschel überzeugt durch einen guten 14. Platz mit den Keulen. Sie wird am Ende 24. Lea Kaltschewitsch schafft es sogar auf Platz 17. Eine weitere Entscheidung steht im Gruppenwettkampf an. Für das neu formierte deutsche Team ist die Zielsetzung die gleiche wie bei den Einzelstarterinnen. Erfahrung sammeln. Das hindert die 16-jährige Alexandra Tikonovic vom Berliner TSC allerdings nicht daran, schon mal große Pläne zu schmieden. Dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall bei der WM sauber tun und auch probieren ins Finale zu kommen und halt im längeren Bereich dann zur Olympia. Am Ende wird es ein guter fünfter Rang fürs deutsche Team. Der Sieg geht hier an Olympiasieger Russland vor der Ukraine und Weißrussland. Im Mehrkampf Einzel tauschen die Russinnen die Plätze. Am Sieg der Olympia 6. Katsiarina Halkina ändert das aber nichts mehr. Am Sonntag werden dann die Finalwettkämpfe in der Max-Schmeling-Halle ausgetragen. Die Einzelfinals finden ohne deutsche Beteiligung statt. Die deutsche Gruppe ist in beiden Finals vertreten. Zu sehen wie gewohnt auf hauptstadtsport.tv